Hab dich, du Pisser. Wer hat's nicht verschaffen? Ich kann. Ah, scheiße. Abfuck. Von wo schießen die denn überall? Nachladen, nachladen, nachladen. Hopp, hopp. What the fuck? Sind ja mal überhaupt nicht viele oder sowas. Jawohl, hier. Schön von oben so ein... Ja. Kleine Bastard. Es sind nur noch drei. Es sind nur noch drei. Ja, hopp, 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 raus. Dann haben wir es geschafft. Dann haben wir uns geheilt. So, kannst du ja jetzt mal rennen, du Lutscher, hier, ne? Hier mal ordentlich Jägermeister anscheinend. Das ist auch der Sinn, dass du stirbst. Also... Alter! Wie viele sind denn hier noch? Kleiner Lutsche, du, ey. Jawohl, hier. Schöner, übelster... Übelster Kopfschuss. Designhutsche mal hier verwenden. Dieses Stückchen hier mal los... Äh, äh, ähm, rüber zu kommen. Hopp, 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 bitte. Jawohl. Hat wieder ein bisschen Munition fallen gelassen. Genau das, was ich brauche. Ey, hier geht's ja richtig rund, Alter. Richtig zur Sache, ey. Ah, Medikids. Und, ja? Ah, jetzt habe ich es schon sofort hier verbraucht, ne? So, mal hier nochmal schön nachladen. Hopp. Ah, scheiße, jetzt kann ich das nicht mitnehmen, ey. Boah, ich komme schon wieder ins Schwitzen hier. Ich komme schon wieder ins Schwitzen. Ich sehe hier nix. Was ist das hier? Ah, Geld. Ah, scheiße, meine Brieftasche ist ja voll, ey. Okay, jetzt laufen wir hier nach unten. Äh, das sieht nach Säure aus. Da gehe ich sicher nicht rein. Aber du denkst doch jetzt auch nicht, dass du eine Chance hast, oder? Denkst du jetzt nicht wirklich? Ah, ich lutsche, ey. Hm, okay, runterspringen will ich nicht. Am Ende springe ich noch in die Säure. Okay. Gut, 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 gut. Locker, bis jetzt super. Wir haben dann mal hier den Brody, äh, den Brody, den, 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 den Lutscher da, den Kief, wo die ganze Zeit heult, ähm, ja, gerettet. Ah, nicht runter. Oh, Alter. Alter, wie viele Gegner sind denn hier noch, ey? Gibt's ja gar nicht. Okay. Ja, schön hier verstecken, verschanzen. Stimmt doch endlich. Stimmt. Geht doch. Oh, Abfall, Alter. Okay, gut, 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 gut. Wir schaffen das, Alter. Wir machen das jetzt richtig geil, oh Milo. Boah, wie laufen wir jetzt am besten lang? Okay, gut, das ist schon mal, ah, nicht in die Säure. Alter, wie viele wollen denn dann noch kommen? Stirb doch, ey. Oder spring wenigstens nach unten in die Säure, ey. Alter, das gibt's nicht. So, jetzt werde ich mal ein bisschen vorlaufen, damit ich sie vielleicht besser irgendwie bekomme. Jetzt vielleicht noch nicht, aber wenn ich gleich bei ihm bin, dann hast du aber ziemliche Scheißangst, ey. Habt ihr eben dem sein Blick gesehen? Habt ihr dem sein Blick gesehen? Habt ihr dem seinen abgefuckten Blick gesehen, Alter? Abgefuckten, dann ging's auch nicht, ey. So, jetzt aber, jetzt bräuchte ich mal ein bisschen Munition, bitte. Hopp, lad doch nach. Geht doch, ey. Ohne Witz, ich muss mir unbedingt mal einen neuen Controller holen, Alter. Geht ja mal gar nicht, ey. Bitte, sei es, bitte, 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 bitte. Oh ja. Der Dolch gehört mir. Jawohl. Wir haben den Dolch jetzt. Wir haben den Dolch jetzt. Leute, wir haben den Dolch, bros. Der wird für wie letztes Mal. Wir haben den... Ach, jawohl, wir haben jetzt bitte den Dolch. Jawohl, bitte, 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 bitte. Dolch, 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 Dolch. Hopp, raus, rein, rein, rein. Gut. Okay, gut. Wir sind jetzt ganz nah am Dolch. Caesar, öffne dich. Boah, das Ding ist riesig. Was sind das für ein Vogel? Okay, gut. Ne, wo müssen wir denn da lang? Wir müssen also das Wasser hier überqueren. Ja, doch, das ist dieser Weg hier. Okay, da muss ich da lang, nach da unten, nach da drüben und dann wieder nach da unten und dann muss ich jetzt nach da oben. Mann, das riecht nach Schwefel. Oder? Ich hab was Falsches gegessen. Haha, geiler Typ, Alter. Das Spiel, ich weiß nicht, das ist einfach von der Story her und alles einfach nur... Ah, stell hoch, das ist Schwefel. Okay, gut. Ich hoffe mal, wenn wir da oben sind, dann haben wir den Dolch und dann haben wir noch einen von unseren Bros, unseren Kumpels gerettet. Ich werde auf jeden Fall auch mal eine Runde pokern. Habe ich auf jeden Fall auch mal vor. Weil ich bin eigentlich nicht so der große Poker. Ich werde das hat seit Jahrhunderten keiner gesehen. Lockernet, ey. Bros, ich schwör's euch. Schaut euch die geile Scheiße hier an, ey. Ey, ist das nicht geil? Ist das nicht einfach geil oder... Das hier? Ist das nicht einfach nur geil? Es ist einfach nur mehr als geil, ey. Gibt's da hinten noch irgendwo etwas? Nö, anscheinend nicht. Dann wären wir jetzt nur... Äh, sind wir doof, Alter? Beziehungsweise bin ich doof. Wenn wir jetzt hier mal öffnen... Und da hinten, hinten... Hinter dem Schloss hier befindet sich hoffentlich der Dolch. Glaub ich mal. Da hab ich doch irgendwo ein Tier gehört, ey. Okay, Wayne. Bestimmt ist da unten das Tier. Ich hör irgendwo etwas. Ey, das Tier will mich abfacken hier, ne? Aber so richtig... Ah, da unten ist es! Kleiner Schwanzlutscher, du. Ha! Leg dich hier niemand mit Jason Brody und nix an. Oh, also hier haben wirklich schon mehrere versucht, wohl... Ähm... Durchzukommen, aber sind anscheinend nicht durchgekommen. Schiff! Dieser Kerl war wirklich ernsthaft verrückt. Um was wette ich mit euch, dass da irgendetwas auf mich erwarten wird, wenn ich jetzt das öffne... ...und dann es raushole? Ist... Da bist du ja... Oh, weg! Ah! Ah! Bitte, bitte lass mich überleben! Ah! 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 Scheiße! Jawohl, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft! Oh, das war aber knapp, das war aber richtig knapp, ey! Leck mich doch am Arsch, ey! Jawohl, wir haben den Dolch, wir haben den Dolch, Bros! Wir haben den Dolch! Bros, schau dich das an! Wir haben den abgefuckten Dolch! Jawohl, wir haben ihn! Und jetzt ist er nirgendwo da, locker, ne? War mir so klar... Okay, Moment, jetzt muss ich nur noch gucken. Wir waren hier, sind dann da unten langgelaufen. Ey, alter, heftig, deftig. Du bist nicht hier! Dieses Mal nicht, Junge. Hast du's gefunden? Das Messer? Das Grab? Ja, ich habe den Dolch, ich komme. Wir treffen uns bei mir. Okay, jetzt erst mal noch den Fähigkeitspunkt da. Verschenken hier irgendwo. Wo werde ich denn am besten hin tun? Ähm, was ist das? Zu kämpfen. Was ist das? Tier Flüsterer. Du erinnerst, du bist für viele Beute beim Häuten von Tieren. Was ist das? Messerwurf Takedown. Jemand benutze diesen Messer. Ne, wir werden erst mal das da machen. Hört sich viel geiler an. Ja, alter, das ist richtig geil, ey! Okay, das müssen wir ja können. Jetzt mal das Tatao anschauen. Ey, sieht schon geil aus eigentlich. Sieht schon richtig geil aus. Und da unten ist auch diese Dolch. Vielleicht kriegen wir dann diesen Dolch. Dann... Oh, das sieht geil aus, alter. Geh zu Bugs-Hütte. Okay, wo ist die Bugs-Hütte? Oh, ganz in der Nähe hier. Dann gehen wir mal da hin. Das ist die Bar anscheinend. Also, ich werde da jetzt hinreißen. Ich hoffe, das wird euch jetzt nichts... Nichts stören. Nicht stören. Oh, alter. Ich nehme schon eine Dreiviertelstunde auf. Das wird wahrscheinlich hoffentlich auch... Das wird wahrscheinlich für die Feiertage überreichen. Werde ich vielleicht nur noch einmal zocken? Weil an Weihnachten will ich eigentlich wirklich nicht zocken. Wegen Familie und alles mögliche. Ich werde wahrscheinlich auch an Heiligabend oder sowas... Das werde ich wahrscheinlich kein Video rausbringen. Einfach so, weil... Das Heiligabend ist da... Macht man sowas nicht, ne? Ich meine... Falls es wirklich irgendwelche gibt, die sich die Videos ansuchten und sowas... Würde ich sowas einfach nicht machen. Sowas würde ich eigentlich auch von den... Größeren YouTubern... Wollen. Dass die einfach das dann akzeptieren, so. Wo laufe ich denn am besten lang jetzt, ey? Ich könnte nach der... Ah ja, doch. Ich gehe jetzt nach da drüben. Nach da drüben jumpen erstmal. Dann nach da drüben springen. Boah, ich springe so gerne ins Wasser. Das ist so geil, Alter. Okay, und dann werde ich mal zu der Hütte gehen. Und dann hoffentlich werden wir Keith bekommen. Bestimmt hat er den aber dann nicht. Aber ich meine, wir haben schon so viele Missionen jetzt schon für den gemacht. Der müsste den ja eigentlich dann haben. Der hat ja gar keine andere Wahl, ihn zu haben. Gut. Jetzt haben wir wieder die Waffe. Wir haben nur noch drei Patronen. Geil. Also wenn er uns verarscht, können wir ihn vielleicht hier nix drohen, ne? Doch, eigentlich schon. Mit drei Patronen könnten wir das schon machen. What the fuck? Alter, was ist das für eine Abfuckhütte, ey? Äh, beschissener geht's auch nicht. Dann hätte ich den locker finden können eigentlich. Der war ja ganz in der Nähe hier. Oh, jo, Buck, was geht's? Ha, 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 du hast ihn. Na los, gib ihn her. Erst Keith. Okay. Hinter der Tür. War nett, bitte Geschäfte zu machen. Jetzt muss man den Schlitzhaugen lassen. Wenn sie dich ausweiten, dann wenigstens mit Stil. Keith! Keith! Oh, Keith. Bitte nicht mehr, bitte. Ich will er dich an. Ich halte es nicht mehr aus. Jason, du musst mich hier rausholen. Ich will er dich an, bitte. Hol mich hier raus, Mann. Ich hol dich hier raus, okay? Ja, versprich's mir. Du musst es mir versprechen. Ja, also, deswegen, Mann, ich bin dankbar, klar? Und, ähm, ich würde mich echt gerne bedanken. So richtig. So wie es sich gehört. Du hast gesagt, wir können gehen. Nein, 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 nein. Was ich sagte war, Keith kann mitgehen, aber du gehst nirgendwo hin. Wir gehen durch diese Tür. Du gehst, wenn ich sage, du gehst. Hm? Ich nehm dich blutig, wenn du willst. Ich mag groß Fleisch. Oh, jetzt zähl ich am Rad, Alter. Stirb endlich, du blöder Hohenzoll. Das ist so ein krankes Vorspiel. Oh, jetzt aber, jetzt wirst du sterben. Und dann nimm ich mir dieses Messer hier mit, ne? Du legst dich mit mir an und mit Jason kannst mich mal am Puppe lenken. Ich hab dich. Jason. Ist er wirklich tot? Jetzt nimmst du ständig, ich hab ihn getötet, Alter. Komm mit mir, ich kenne einen Ort, wo du sicher sein wirst. So, und dann werden wir jetzt den Keith mal zu der Höhle bringen. Ne? Mal wieder hier, Standard so halt einfach. Alter, schon heftig geiles Spiel, ey. Ohne Witz, da geht mir so einer ab bei diesem Spiel, ey. Alter, ich kann immer, ey. So ein geiles Spiel. Ist einfach nur Bombe. Wall Street, baby. Genau, Wall Street, baby.